Hi und herzlich willkommen zurück zur nächsten Minecraft-Episode. Ja, ich befinde mich jetzt gerade auf unserem Server, also auf unserem Tatooine-Server, der übrigens am Wochenende, beziehungsweise jetzt von Mittwoch auf Freitag umzieht. Und zwar kriegen wir einen anderen Server, der ein bisschen besser ist. Und vor allen Dingen können wir da auch nahtlos vergrößern. Und wirklich mit Power und nicht nur mit Kleinigkeiten, ne? Also nicht nur mit Kleinigkeiten von Power, sondern wirklich mit richtig Power. Was gucken wir uns heute an, wenn alles funktioniert? Hat man mir gesagt, es ist eine Baumfarm da. Und diese Baumfarm soll ganz nett sein. Und dann schauen wir mal, ob die funktioniert. Ob sie so funktioniert, wie wir... Oh Gott, ey. First try. Ob sie so funktioniert, wie wir sie haben wollen. Oder ob wir vielleicht minimal was ändern müssen. Ich meine, so eine Baumfarm ist ja manchmal tückisch. Da muss man manchmal Kleinigkeit ändern. Kann schon mal passieren. So, wir gucken uns das jetzt hier an. Was ist denn hier mit der Kelbfarm geworden? Ja, es füllt sich Stück für Stück auf. Kelbfarm füllt sich Stück für Stück auf. Das ist ganz gut. Was ist mit der Kaktusfarm? Die Kaktusfarm ist schon wieder gut befüllt. Die Eisenfarm noch nicht. Irgendwie gar nicht mehr. Eisenfarm läuft im Moment schlecht. Wo dran liegt es? Müssen wir gleich mal gucken. Und da können wir auch im Stream gucken. Die Bruchsteinfarm, ja, läuft wieder gut. Bruchsteinfarm läuft perfekt. So, gucken, ob hier irgendwo jetzt ein Eisengolem rumsteht. Das könnte nämlich durchaus sein, dass der irgendwo jetzt rumsteht, weil wir... Bruch, da explodiert alles. Ne, scheint keiner rumzustehen. Ne, sieht auch noch alles in Ordnung aus. So, dann gehen wir mal gucken zu der Baumfarm. Die steht da hinten. Hallo Chen. Die Baumfarm fertig und Leitung ist da. Der meint die Leitung, damit es einsortiert. Wir lieben Gruß, Pauferle. Pauferle ist ein Zuschauer. Und der baut auch gerne mit Redstone. Ich glaube, es sieht alles hier aus wie Eiche, ne? Ist denn hier noch... Okay, jetzt knochen mir drauf. Okay, es dauert ein bisschen. Aber das kann eben halt Glück sein, kann Pech sein. Je nachdem, wie man steht. Lol. Hier hat nichts mit dem Hinhocken zu tun. Okay, jetzt funktioniert das da aber schon nicht. Ja, ja, ja. Auch da ist jetzt... Oh, da ist jetzt irgendwas passiert. Da ist doch irgendwas passiert, oder? Hier ist ein Apfel, okay. Das ist... Das ist Zeugs. Warte mal. Aber hier ist doch eben irgendwas passiert, oder? Wo ist denn? Ich glaube, den habe ich aus Versehen einfach abgerissen. Ja, ich glaube, den habe ich aus Versehen mir gemacht. Okay. Wie sieht das mit der Sprengung aus? Ist dunkel, ne? Achso, hier ist so ein Klotz. Macht der das jetzt hier noch, oder ist der aus? Ah, der ist ausgeschaltet, okay. Dann werden wir den anschalten. Und dann werden wir uns das angucken, was da passiert. Ich meine, wir haben ja schon die Clock. Also quasi den Timer. Hatten wir ja gesagt, dass wir den bauen. Jetzt ist es angeschaltet. Dann schauen wir mal, was damit passiert. Aber ich glaube, ich habe schon gesehen, dass mir das nicht so gut gefällt. Ja, weil das obendrauf spawnt. Also, das fliegt da obendrauf. Und das ist das, was mir nicht so gut gefällt. Muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist aber auch nicht schlimm. So, wir werden hier ja das kappeln und das Konstrukt hier neben nochmal bauen. Das heißt, hier werden wir nochmal ein bisschen was wegmachen müssen. Machen das einfach mal oben drüber. Da stört das nicht. Und dann werden wir den mal, den auch noch. Den daneben. Uff. Es ist super, dass er es macht, ne? Aber. Dann nehmen wir den mal weg. Müssen wir nachher machen. Da brauche ich nicht, da brauche ich nicht, da brauche ich ja dann auch nicht, da auch nicht. Da weiß ich noch nicht. Müssen wir sehen. So, wir werden den einfach mal daneben setzen. Warum? Weil es besser ist, wenn, ähm, das reißen wir einfach mal alles ab. Wenn, ähm, das TNT quasi daneben fällt. Dann können wir nämlich die Höhe bestimmen. Und dann können wir auch sehen, ähm, dass komplett alles weg sprengt. Weil sonst bleibt nachher unten, ähm, bleibt nachher was stehen. Und wenn da unten was stehen bleiben sollte, wäre das furchtbar schlecht. So, wir bauen uns jetzt erstmal einen kleinen Tupper. Für die, die nicht wissen, was das ist. Wir können damit, ähm, Items duplizieren. Also Items duplizieren im Sinne von, ähm, TNT duplizieren. Ich hoffe, ich baue den auch direkt instant richtig. Und nicht, äh, falsch. So. So. Ähm, TNT. Und ein Feuerkorallenfächer. Abgestaubener Feuerkorallenfächer. Passt. Da kommt das TNT hin. Oh, ich hab die Feuerkoralle nicht genommen. Feuerkorallenfächer. Der kommt da hin. Jetzt wird das Ganze nur einmal zusammengeklappt und wieder auseinandergeklappt. Und, äh, es sollte fertig sein. Schau mal. Äh, Redstone. Dahin. Zup. Gucken, ob es funktioniert. Und dann sehen wir das, ob das funktioniert. Und wenn es funktioniert. Klappt sich zusammen. Perfekt. Ist jetzt bepowert. Normalerweise sollte sich das jetzt zurückziehen. Und jetzt abwerfen. Perfekt. Jetzt läuft das daneben und explodiert dann hier irgendwo. Dass es daneben läuft, ist für uns daher gut, dass wir jetzt sagen können, okay, wir machen jetzt hier, neben quasi so eine kleine Geschichte, so eine kleine Rampe. Zack. So, ich glaube, das reicht doch schon, oder? Jetzt sprengt der doch. Ja, jetzt sprengt der richtig viel weg. Jetzt sprengt der das Ganze hier weg. Und dann kann da auch nicht mehr so viel mit passieren. Und jetzt wird das Ganze auch schön abgetragen. Okay, jetzt werden wir das nochmal ausprobieren. Schön hinstellen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich meine, da kann ein paar Fälle nichts für, dass der, ähm, dass der Duper da oben so stand, weil den hatte ich zuerst gebaut und danach hat er, glaube ich, angefangen, die Farm zu bauen. Ähm, und wahrscheinlich hat er jetzt nicht so drauf geguckt, wie das da reinläuft, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber das ist ein bisschen ärgerlich, ne, dass das hier so lange dauert. Dass das so lange dauert, ehe der den ersten, ähm, Baum spawnt im Prinzip. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, jetzt gehen wir nochmal schnell gucken, obwohl der jetzt gerade alles weggesprengt hat. Er hat halt echt alles weggesprengt, ne? Aber das ist halt auch ärgerlich. Das sind halt acht Eichendinger, ne? Das sind wieder welche, ne? Das ist ärgerlich. Können wir das da irgendwie verhindern? Warte mal. Das sind nur mehr als acht, ne? Warte mal. Das können wir aber doch verhindern hier. Ich weiß, das ist für euch stockdunkel. Und, ähm, kann ich das so lange hell machen? Ne, kann ich nicht. Aber ich kann hier Glowstone wieder in die Hand nehmen. Glowstone hinpacken. So. Und dann packe ich hier einfach so lange das Redstone weg. Tipp. Dann kann ich das nämlich nachher wieder festmachen. Und es stört nicht. So, zack. Zack. Jetzt könnt ihr das sehen. Da wollte ich aber zubauen. So. Gucken wir mal. Da bauen wir zu. Weil nämlich bis dahin kommt eh nichts. Bis dahin dürfte eigentlich eh nichts kommen. Das heißt, hier können wir schön zubauen. Wir machen uns das einfacher, weil wir es können. Wir nutzen ein Fill-Command. Und werden die ganze Ecke jetzt hier auffüllen. Da fällt nachher eh keinem auf. Außer von vorne. Aber da können wir das immer noch ändern. Obsidian. Zack. Alles weg. Schön aufgefüllt. Jetzt zieht das keiner. Ich hoffe, das reicht hier noch. Pusht vor. Ja, das reicht. Das kann ja hiermit nicht verkleben, weil es obsidian ist. Da sitzt der drauf und dann geht's ab. So. Hier machen wir die ganzen Wasserströme auch eben einmal weg. So. Dann können wir hier nämlich noch einmal so eine Schneise machen. Hier so eine Schneise. Dann läuft das Ganze hier rein. Bleibt hier stehen. Und von da aus können wir noch einen Wasserstrahl rüber machen. Ich glaube, das klappt. Schauen wir mal. Ähm, ja. Wenn man das richtig machen würde, wäre es perfekt. So. Gucken, ob das schon instant bis dahin... Oh. Ich glaube, das war falsch. Weil wir hier noch einen haben. Im Moment läuft es jetzt ganz rein. Das wäre uncool. Obwohl, doch, das wäre uncool. Das heißt, wir machen dahinter jetzt einfach eins offen. Ich glaube, dann ist es egal. Ich mache da mal einen Glowstone eben hin. Wie ich das sehe. Läuft der jetzt bis da? Ja, der läuft jetzt bis da. Genau, das ist das, was ich will. Packen wir da hinten alles voll. Jetzt läuft das genau bis hier hin. Wir können hier sogar noch ein Eis reinmachen. Aber da wäre ich vorsichtig. Nicht, dass das zerplatzt. Und dann können wir hier einen hinpacken. So. Das heißt, wenn jetzt hier mal... Angenommen, wir schmeißen jetzt hier mal ein Stück rein. Ja, easy. Es geht sofort weg. Perfekt. So, dann nehmen wir das weg. Wir setzen oben das Redstone wieder hin. Und dann haben wir eine AFK-Farm. Gebaut von Pauferle. Und ein bisschen, sagen wir mal, verbessert oder umgebaut von mir. Das, was wir aber noch... Was ich noch gucken wollte. Hier kommen die her. Also hier müssen wir noch was ändern, ne? Also hier müssen wir unbedingt noch... Ähm... Damit es also auch wirklich vernünftig AFK ist. So, das mache ich mit Trichtern bis dahin. Bis zu einem bestimmten Punkt. So. Da haben wir jetzt eine Hinleitung gemacht. Wir haben keine Zurückleitung. Das heißt, wir müssen irgendwann mal eine Leitung von oben nach unten auch noch ziehen. Damit wir hier unsere... Ähm... Unser Knochenmehl reinkriegen. Wir müssen ja unser Knochenmehl noch haben, ne? Unser Knochenmehl müssen wir hier noch reinkriegen. Und... Ähm... Das, was wir noch irgendwie herkriegen müssen. Ich weiß noch nicht genau, wo wir das jetzt herkriegen. Das sind eben halt die Zepplings, ne? Wir müssen die eigentlich auch noch herkriegen, ne? Wenn man es genau nimmt. Weil die spawnen jetzt hier überall. Und bleiben da liegen. Okay, mit den Zepplings müssen wir mal gucken. Mit der Knochenmehl-Gedönsel. Das können wir ja sogar schon anbringen. Indem wir hier aus der Kaktusfarm noch eine, ähm... Eine Knochenmehl-Farm mit anschließen. Dass wir sagen, okay... Wir machen hier zum Beispiel irgendwo eine Knochenmehl-Farm. Und die Knochenmehl-Farm ist direkt angeschlossen. Mit dem. Oder wir sagen uns, okay... Die Knochenmehl-Farm soll produzieren. Und wir lassen es wieder oben einführen. Wir müssen auch gucken, wie wir es machen. Ich würde aber sagen, wir sind für heute durch. Weil es funktioniert echt gut. Es funktioniert ja. Und, ähm... Ich danke dann fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielleicht in dieser Welt. Vielleicht dann beim nächsten Mal auch wieder mit einem Baututorial. Ähm... Das müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Ich weiß noch nicht genau, was ich dann als Baututorial machen möchte. Das weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht so eine Inspiration oder Idee. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!